Du kannst es kaum erwarten, ja? Ihr Menschenklettermonster, ja? Boah, ausgebrettet. Das ist ein Vorteil, gar nicht ganz aufzumachen, den Reiferschluss. Ja, ihr seid schon da, ich merke. Das ist Frühstück. Aus der Kamera kommt das Frühstück nicht. So, jetzt geht es gleich los, ihr Verrückten. So, wer zuerst? Am besten beide gleichzeitig, ja? So, na komm. Verrückt nicht, verrückt nicht. So, komm mal. Ja, 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 ja. Körnasse gibt es wieder. Musst du ein bisschen mehr stillhalten, ganz kurz mal so. Warte, warte, warte. Prima. Warte, 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 das geht's. Mh, yummy, 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 yummy. Mit einem klitzelbisschen weniger gezappeln würde es schneller gehen. Mhm. Das üben wir dann morgen, ja? Mach mal hier dein Flatterding runter, bitte. So, danke schön. Ich übersehe dich nicht. Nein. Komm her. Du kriegst auch schon schnell was. Muselding. Nee, wenn du dich nicht umrissst, dann komm ich da nicht richtig ran, weißt du? Und du dich nicht umrissst, dann wissen, also mit mir. Seh mal ja. Hier. Das war's für heute. So. Pause, Pause, Pause. Jetzt kommt gleich noch der Gesundheitssaft. Ja, der Gesundheitssaft kommt gleich noch. Krippel, 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 Krippel. So, okay. Absteigen, muss gesundhaft machen. Okay. So, okay. So, okay. So, okay. So, okay.